Wo ist denn unser Albaner hin? Keine Ahnung, oder ne? Die Jax wahrscheinlich What's new? Ich hab das doch hier Oh, der ist doch da! Ja, aber der redet nicht mit uns Oh! 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 Oh, Guseppe Check the equipment I'll get some jobs ready for you Oh! 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 Eeeh! Oh! 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 Ja hier Minus! Safe hier! Ja das schmeißt ja auch Sachen um. EMA5, gebeam! EMA5, ja uuuu! EMA5? Ja! Und Freezing, also gefrier! Hab ich denn da schon wieder eingestellt? Hast du die Scheiße gebaut? Ja, die Hälfte so! Behinderte! Also, Safe schließt dich aus, so schnell wie das ging. Da kommst du. Das ist voll der Shake. Ja, Shake würd ich jetzt eigentlich auch auftun. Also, das wär Buch. Warte mal. Jank macht immer die Tür zu, ich denk der Geist hat das. Guck mal, das ist Sensi, Sensi. Ich hab zwar keinen Taschlampe, aber egal. Ich hab zwar keinen Taschlampe, aber egal. Hey. Es gibt für Sora gar keine andere Waffen mehr, oder wat. Mach die Licht aus! Lass das Licht an! Verdammte Kacke! Okay. Ja, macht das Sinn. Jetzt haben wir nur die Zweihand. Ohoho! Bisse! Ohoho! Die kann Schuhe natürlich mit Fotografieren, sehr geil. Normal. Hallo! Hallo! Okay. Uh-Hand! Uh-Hand! Uh-Hand... mit shift gedrückt rennst du aber das ist aus der puste dann gemacht der wichser der regt mich auf langsam mit seinem dreckigen geist event ja der ist schon sehr aktiv ne sei wirklich ist halt verdammt ich finde es sind vielleicht die zwillinge kann sein so kann sein so viel wiederum schmeißen ja ich glaube nämlich schon dass das die zwillinge sind was was brauchen die denn ich guck grad die zwillinge habe ich dort gesehen die zwillinge brauchen ich meine ich hab dort gesehen ein ohne meinste ja gut es kann aber sein wenn menschen in der nähe sind werden ohne deutlich aktiver und zern am geisterzustand alle um sie herum gut aber hat mir geht irgendwo natürlich die ganze zeit untergekippt vor allem ist der zweite dort haben wir noch ein oder dass du den dabei glaubt den hatte ich und ich bin gestorben 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 dann hole ich dir mal checken immer ich hab immer einen doch dabei ne das brauche ich nicht das brauche ich nicht wo ist denn die gute frau gestorben hier tut mir leid ja ja wo liegen deine items haben wir nach einem die liegen nicht in dir geh aus mir raus ne aber wo sind die items von dir ja da draußen vor die tür h event oder hans ne ich glaub das ist ein event ich könnte schon wieder kotzen im strahl wirklich wo ist denn der gespawnt hallo nein das war ein event nein zu spät äh ich hab ihn gar nicht gesehen mann geht mir jetzt auf die eier wenn das passiert was ist mit dots hier hab ich äh hier sind doch beide dots die liegen doch schon ja ich hab die jetzt gerade hingelegt nimm das ding auf weil sonst riech durch boah ich muss jetzt später mein auto kratzen fällt mir gerade ach nee warte mal zf drück mal auf die tastatur ok der ist noch hier gut ach so ja ja kein orb kein orb ja oder geht gar nicht das ist doch dieses licht oder orb kein orb kann nicht sein ist der geist durchgelaufen oder ein punkt geht aber nicht ne das kann nicht sein ne das ist ein fehler wegen dommer achso 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 passte so ja super beides ist beides ist mit rächerstäbchen verbunden toll ja komm dots ne ja Es ist ein Oni Ja, ich weiß nicht, versuch mit Cenk Foto zu machen Ja Cenk Es ist nicht nur mit Cenk Foto Fotoapparat Macht Fotoshooting Nimm doch die Scheiße, warte mal Hab ich zu viele Sachen? Nein Schmeiß deine behinderte Box weg So, weg damit Geht nicht, ich kann die nicht nehmen Doch, klar Ein Foto nur Ja, ein Foto, komm Ich kann ja nur eins machen Du siehst, die beiden hinten sind frei Ja Du siehst, die beiden sind frei Wir stellen uns jetzt hier hin Ja Obwohl, ne Wir stellen uns hier hin, wenn er kommt Machst du Foto Links klickt, ne? Ja, ne Rechtsklick, oder? Rechtsklick war Foto Wenn er hier ungefähr an der Schnauze vom Auto ist Machst du Foto Okay, machst du Foto Dann mach ich Räucherstäbchen, dann rennen wir hier rum Muss ich nah dran sein? Ne, du machst einfach hier Foto, wenn er hier an der Schnauze steht Ja, Hauptsache man sieht den sozusagen Ja, und dann rennen wir beide hier ums Auto rum Und dann Rennst du in den linken Spind und ich in den rechten Gut Okay, so langsam check ich das Komm! Hey! Hey! Ne, warte Er huntet, er huntet Er kommt Hallo? Hallo? Da, 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 da Jetzt! Ah, er hat mich Ergang Warte Hat der... Oh Mann, wieso hat der ich denn? Das hat doch so gut funktionieren Wie viel hat... hab ich Foto geschafft wenigstens? Hab ich noch nicht geschaut, warte Anscheinend nicht... Äh, ne... DeadBuddy DeadBuddy 1 Gleich, ey Der willst du mich verarschen, alter Ja, das muss ich mehrmals probieren, alter Ich war zu langsam Glaube ich Oh Mann Hey, remember, escape Er hat leider nicht funktioniert Haha Selv? Hahaha Nein, Spaß Wir gehen Alles gut, wir gehen Habt ihr alle eingetragen? Was denn? Oni Oh, ja, ja Warte, ich komm jetzt Melissa? Ja Eingetragen? Ja Selv eingetragen? Was denn? Oni Moment Oni, Oni Kennst du Oni? Ja, hab ich Oni? Alles klar, jetzt gehts los So Schade, Mann Ich wollt's so gern Ich will da nochmal probieren Oh Gott Ich will mal verlassen, ok? Mhm Ich will da nochmal probieren 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 Bei der Ja, sollen wir zu dritt machen, oder? Naja Ja, ich guck dann zu Ok Guck auch, ich guck eh die ganze Zeit zu Weil Chill jetzt auch, Digga Oh, geil, mein Bett Ah 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 Eee Oh Oh Jetzt so monoton, Digga Waffen und Rüstung hineinzubauen, dass ich ja mehr müde geworden bin Ja Alter, jetzt ruft mein Ex wirklich an Oh, Mann Hallo? Hallo? Ja Wirst du zu Hause? Ja Mhhh Hm 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 Oh nein, ich habe das Falsche gestartet mein popo tut weh vom sitzen und deswegen schaue ich euch jetzt zu was willst du machen was willst du machen wenn ich dich abholen wir haben so auf die fresse gehauen wirklich das war richtig ekelhaft also ich stelle mir die frage bezüglich deren ex wieso hat man kontakt zum examiner ach so ja da macht man ja was hast du wieder gedacht ach meine tante aus syrien ruft an ich muss mal equipment list videokamera dort was ist eigentlich dieses dort das sind diese connect connect punkte dieser grünen ach und was machen die die können den geist erkennen dadurch läuft so ok flash light weiß ich ja ghost writing book kann der geister dann reinschreiben oder was das geist buch ja ok was dieses spirit box das ist meine warum du redest mit dem geist kernl ist ja kerze es gibt coronatests was ist diese kruzifix das ist ein ding ist das kreuz ach so ah ja stimmt ach stimmt wir haben einmal die frage bekommen ja was heißt denn das kreuz überhaupt und alle so keine ahnung und dann sagt der eine kruzifix und ich hab mich so kaputt gelacht aber ich dachte dass er mich verarscht bro aber das ist halt wirklich so so verfliegst du nochmal logstick head mounted camera motion sensor oi 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 oiii ha gab ab und iiii mikrofone saniti pils Spass. Sanity Purse und Smacked. Was ist denn? Smacked Stick? Sildos. Smacked Stick. Das sind Räucherstäbchen. Achso. Okay. Willst du mitspielen oder was? Ja, ich will mir das spielen. Ist geil, ne? Ja, ja. Das wird schon. Letzt mir auf jeden Fall holen demnächst. Gegen Langeweil, das ist halt mega nice. Das ist überhaupt übel, ja. Und du lernst auch voll viel so, wenn er kommt, hast du halt Adrenalin, ne? Ja, darum geht's. Wisst ihr, so, keine Ahnung. Ich glaub halt schon ein bisschen so an sowas. Und dann kennst du dich halt vollkommen auf. Mit den Geisterarten. Du wirst direkt drauf gehen, Digga. Hallo. Na, hallo. Oh, hallo. Wie geht's dir denn? Ah. Alja. Ali. Ich muss auf jeden Fall mal vor Ort später zum Bauernhof fahren. Gar kein Bock, Digga. Ich hasse es zur Zeit draußen zu sein. Kennt ihr das? Kennt ihr? Ja, ihr kennt das auch. Gut. Naja. 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 Oh, oh, oh. gmf yo medefekt oh yeah oh god zu lang morgen soll ich dich schneiden das ist schon mal gut ey ich muss morgen raus aus dem haus wir haben ihr alle fall im geilen schlafen muss viel zu behindert irgendwie oder nicht mit zum frühjungen 4 5